Hallo und herzlich Willkommen zu Resident Evil 5. Wuhuhuhu. Welcher Part ist es? Na? 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 13. Richtig. Huch. Licht. Ein Tipp. Berühr nicht die Strahlen. Tu es nicht. Das ist ein Rätsel. Wow, ein Rätsel. Wow. Gibt es sowas auch noch? Weg! Boah. Siehste? Ja, aber zu mir sagen, weg, ne? Will dir nur zeigen, wie es ist, ne? Ja, 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 wünsch dir noch. Dann müssen wir jetzt mal... Gehirn anstrengen. Ja, aber jetzt können wir ja zumindest unsere Waffen schon mal abbringen. Ja, du Cheater. Ich würde jetzt gerne 10.000 zusammen haben. Dann hole ich mir nämlich die Schutz fest. Ich hab 13.000. Ich auch. Glaube ich. Ja, kauf doch. Kauf du dir auch die. Ja, mache ich sowieso. Ich glaube, ich verkauf dir einen Elektrostab. Nein, behalte ihn. Der ist voll stark. Oh, stimmt. Der verbraucht einen. Die Schutz feste. Ja. Komplett. So, und weiter. Wie viel bringt denn die Schutzweste? Bringt die schon viel? Ja. Gut. Du musst dir ja auch anziehen, so. Ey, dein Invertar ist irgendwie voll zugemüllt. Du hast viel zu viele Waffen da drin. Ich hab drei Waffen. Ja, vier so gesehen. Wo ist jetzt die Schutzweste? Ja. Die hast du an. Siehst du nicht? Na, du musst... Ja. Die hast du an. Ja, aber wo seh ich das denn an meinem Leben? Ob ich die anhab? Nein, das... Das verringert nur den Schaden. Ah. Aha. Oh. Ha, guck. Die Spinne hatte Gold dabei. Ich wusste es. Diese Spinne. Was will die denn mit Gold? So jetzt mich nicht töten, ja? Das wär so. Das wär so. Besten Warte. Du bleibst mal da. Was müssen wir denn machen? Uah. Warte, stopp. Warte, komm mal hier zu mir. Kann ich die nur noch eins drin, wenn ich jetzt so mache? Nein, lass die so. Lass die so. Lass die so. Lass die so. Du musst da hinten hin, warte. Warte. Vorsicht. Uah. Nein, ich wollte hier in die andere Richtung. Warte, dreh nochmal. Ich muss nämlich... Ja, Vorsicht. Fabian ab Steuer. Ach du Heiliger. Das wird ein Fail-Part. Ja, weil du nicht aufpasst. Komm jetzt. Lass mich mal überlegen, komm. Du bist sowieso nicht so einer der großen Denker. Gib's zu. Drück Select. So, wo ist die Spinne mit Gold? Ach, die hab ich schon. Gut. Na, hast du wieder Gold dabei? Nein. Ach, blöde Spinne. Select. So, ähm... Siehst du da hinten dieses eine? Das ist nicht besetzt. Jetzt warte. Erstmal gucken. Und die Pfeiler müssen alle da an die Tür dran. Alle an die Tür. So, wo wir grad herkamen. Gut. Jetzt überlegen. So, wo kommt der Lichtstrahl her? Da. Da. Da, da, da. Lass das erstmal so. Lass das so. Warte, ich geh mal. Ich geh grad außen rum. Warte, ich hab's. Ja, lass das so. Nimm mal den hier hinten. Nimm mal den hier hinten. Hier den. Dreh den mal. Warte. Aber erst wenn ich aus dem Weg... Nee. Die müssen alle hier drauf zeigen. Hier, sorry. Weil hier ist ja der Punkt auf der Karte. Hier. Wo ich stehe. Da müssen die drauf zeigen. Ja, dann... Dann dreh den, den du da hast. Aber warte. Warte. Lass mich erst irgendwo in Sicherheit gehen. Äh... Am besten kam ich auch hin zu dir. Stell ich einfach mal hinter das Teil. Stell mich einfach hier oben drauf. Soll dir eigentlich nichts passieren. Warte. Dreh, 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 dreh. Sehr gut. Das war's jetzt oder was? Nee. Nach unten? Was? Hm. Ich muss dir jetzt helfen. Da hab ich das Ritzel aber schwieriger in Erinnerung gehabt. Oder war es was anderes? Das war's jetzt schon? Hier haben wir noch einen. So. Jetzt überlegen wieder. Warte, lass mich erst wieder hier oben drauf. Ah, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil du da die selbst einstellen musst. So. Jetzt lass mich erst mal Anweisungen geben. So. Hier ist ein Schatz. Wo? Ja, so gut. Geh du, geh du, geh du. Ich geb dir Anweisungen. So. Was kannst du denn drehen? Der da muss blinken. Der hier. Was kannst du drehen von den beiden, die jetzt Strahlen haben? Die jetzt Strahlen haben? Was kannst du davon drehen? Warte, den muss ich ja drehen. Den kannst du drehen? Nee. Und den anderen? Was ist, wenn ich den jetzt benutze? Passiert nix. Da ist ja nur einer, der einen Strahl hat. Dieser, dieser Fels da? Ach nee. Ja, dann kannst du doch den mit dem Strahl bewegen, oder nicht? Nee, da ist ja kein Strahl. Nee, der da. Der genau. Ja, den kann ich aber nicht bewegen. Da ist kein... Ding dran. Versteh ich nicht. Ach, hier umstoßen. Ja, wollte ich schon sagen. So, jetzt haben wir das da. Muss ich... Den... Ja, warte. Stopp, stopp. Den hier. Doch, 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 ist richtig. Den hier. Den hier vorne. Den musst du drehen. Wie denn? Ja, welche Richtung? Nach da. Nach da. Nach wo? Nach da. Stopp. Und jetzt den hier drehen. Nach da. Hurra. Oder auch nicht. Warte, der da oben. Doch, doch, ist richtig, ist richtig. Ach so, ist da noch einer. Den hab ich gar nicht gesehen. So. Und wieder eins geschafft. Wo ist das Problem? Ja, da war das, glaub ich... Da war das früher so schwierig, weil man immer mit der KI zocken musste. Ja, die hat das nicht gerafft, oder was? Ne. Und noch eine Etage. Vielleicht wird's ja jetzt endlich mal anspruchsvoll. Dann geh du mal hoch. Wo wollen wir denn jetzt hier hin? Oh, da in der Mitte. Deine Mitte ist was. Ja, warte. Boah, hier komm ich ja ganz lang. Ähm. Ist leer? Dankeschön. Ach du Scheiß. Hast du ja super gemacht. Hast du ja super gemacht. Alter, was war'n das grad für viel Spinnen. Mann. Gern nix trocken lassen. Aua. Uah, Spinnen. Da liegt Maschinengewirrm ohnehin. Aua. Eine Falle? Nein, das sieht wie ein Hinrichtungskammer aus. Autsch. So, warte, wo haben wir denn jetzt die Treppe? Hinten irgendwo. Ach du hast nur noch zwei Pistole, Muni. Alter. Wir haben ja gar keine Treppe. So. Hier warte, komm mal hinter mich. Welches muss blinken? Komm mal hinter mich. Ah, diese Kugel wahrscheinlich. Na warte, geh mal da hin. Jetzt warte, warte, wenn ich das jetzt... Ja, danke. Du hattest hinter mich. Ja, du hast einfach gedreht, bevor ich in deiner Nähe war. Nooo. Da war... Bist nicht so'n Dulzmensch, oder? Eine Zeit. Ja. Wir haben mehr zu kämpfen mit uns zwei, als mit dem Rätsel. So, wo... Wo sind wir denn jetzt? Unten, oder nicht? Ganz unten, ja. Mach nicht die Kiste aus. Okay. Mach nicht die Kiste aus. Bist du auf dem Weg? Ja. Ich bin weg. Ja, mach. Boah. So. So. Warte, jetzt... Warte, jetzt gehe ich da hin. Boah. Bleib hinter so'n Ding. Ich bin hier auf der Treppe. Ich bin hier auf der Treppe. So, jetzt musst du da hin. Wir werden gleich in die Nen. Lass auf! Ich bin hier auf der Treppe. Ich bin hier auf der Treppe. Weil du irgendwo da gehst. Wenn du da bist. Ich bin hier auf der Treppe. Höhme an dieser Stelle. Dann bin ich hier auf der Treppe. Bist du genau zu stehen. und weiter noch einen Vorsicht, ich dreh jetzt jo was? ich bin hinterm Stein gewesen ich hab dich gewarnt unlogisch so, aber das ist ganz easy ich war hinterm Stein boah, ey so, warte am besten immer hier oben drauf nee, 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 warte bevor du den drehst komm, geh mal nach rechts äh, andere Richtung den da, den da drehen einmal noch mal noch mal genauso nein jetzt hat's grad geleckt geh mal eins zurück so, genau äh, warte, der der steht richtig der muss in die Richtung dann musst du den jetzt drehen damit er da genau, den ein... äh, genau, einmal noch mal in die Richtung dann ist richtig jetzt nur noch den hier drehen na, den drehen dann haben wir alles ich bin in Sicherheit ich bin hier oben drauf drehen hier ist der Schatz das wird kackt wo bist du? ich treff dich nicht komm raus da vorsicht, da ist noch eine was ist denn das verdrechst Viecher? ich bin die Erde, mein Gekästen! whoops ich müsste da mal unnuck Spinde irgendwo bleibst du wohl hier kack, Spinde ja nur Geld du schütz Vorsicht, da sind auch Spinnen drin Schlange Der verballert doch nicht deine ganze Mund Eibraun! Yay! Essen! Yay! Eibraun! Das hat's auch gebraucht Mein Gott! Das hat mehr gebracht Da ist dein Maschinengewehr, Mann! So, und jetzt müssen wir auf die andere Seite Herzlichen Glückwunsch Der hier Nein! Ach doch Hier ist der vor Ort Aber warte, wir müssen den drehen Das ist ja kein Thema Warte, der in der Mitte muss einfach nur gedreht werden Warte Ich geh da jetzt rein Irgendwo in Sicherheit Geh da auf die Treppe Bist du sicher? In die Ecke Ja, kann nix passieren Ups, falsche Richtung Boah, das war knapp Das war knapp Beinah hätte ich mich selber gefr... Gebraten Oh ja, wie komm ich jetzt hier nochmal raus? Das ist clever, ja? Kann ich dich irgendwie ducken oder so? Na Naja Ich weiß nicht wie ich hier rauskomme Dreh mal hier den weg Den da Aber so, dass du mich nicht triffst Also nach rechts drehen Du triffst dich schon nicht Du triffst dich schon nicht Ja Nein, mach doch Du musst dann Warte Wirds zurück Ich weiß das ja von eben Ja, du musst auch Treffen Ja So Siehste Einmal frei Maaan Dass die sich noch nicht mal ducken können Was sind das denn für Spezialleute? Keine Ahnung Schließ nicht Machen hier ein Jump nach dem anderen Können sich aber nicht ducken Was ist das? Oh Oh Was ist das? Oh shit doch was ist das? Ah Was? Was? Was Umbrella macht? Ich weiß nicht. Es sieht nicht aus wie jemand sich hier mit einem Zeitpunkt hat. Sie können sicher, dass sie das Ort behalten wollen, das ist ein secret. Einige dieses Geräte hat das Triso-Logo auf dem. Aber sie arbeiten zusammen. Die stecken alle in der Decke. Fünfmal gestorben, weil wir zu blöd sind, so einen Scheiß dazu machen. Alter Schwede. Oh, was können wir denn Neues holen? Neue Pistole. Aber die scheinen schwächer zu sein. Ne, Ladegeschwindigkeit langsam. Auf und Erfolg auf ein bisschen besser, aber... Ja, ne, lass mal. Verkaufen, jo. Verkaufen, jo. Ich hab ein bisschen was. Sniper verbessern. Feuerkraft, ja. Äh, nicht genug Geld. Wenn er macht jetzt 1350 Schaden. Uuuuh. Verlangen wird's was? Oh, es gibt noch größere kugelsichere Weste. Ja. Was? Ich war... Da, ey! Verkaufen, was können wir denn dafür? 1000? Bietet Schutz gegen Nahenkämpf... Warte. Kann mit der kugelsichere Weste getragen werden. Aber wenn du dann die kugelsichere Weste hast, ne? Du hast jetzt zwei Slots verbraucht. Warte, was steht hier? Bietet Schutz gegen Schusswaffen. Ja, nur gegen Schusswaffen. Ne, dann hab ich lieber diese Nahenwaffen. Osnus. Das ist ehrlich. Und weiter. Und? Hier beende ich dann wieder den Part. Oh. Kapitel 5.1. Oh, langsam wird's. Geht's hier zum Finale aus. Da werden wir gleich am Anfang erst mal alles erkunden hier, ne? Ja, wenn die jetzt endlich mal aufgehört haben zu quatschen, dann machen hier direkt ein Kaffeekränzchen. So, und wir sehen uns dann im nächsten Part von Resident Evil 5.